Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Wo bringen Sie mich hin? Was hast du mit diesen Mannschaften gemacht? Die Männer, da hinten, warum haben sie dich? Wie hat jemand mit diesen Worten gebracht? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Hier sie sind. Dem Herrgott sei Dank! Schatz! Andreas, Andreas, ich habe gedacht, du seist zu uns. Beinah wärst du gewesen. Meine Lieblinge, mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles klar. Ramos! Ramos! Äh, ich habe was für Sie. Ein Moment. Äh, ähm, Dankeschön. Thank you. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja! You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Oh, Mr. Pearson. Put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are. But we are going to make the best of it. All right. Untertitelung des ZDF, 2020